Ich bin verliebt in diese neue Serie Wednesday. Beste Nacht, ich habe mir alle Folgen auf einmal angelaucht. Ich konnte nicht aufhören. Wednesday Adams, ganz klar mein Lieblingscharakter. Normalerweise, ich gucke immer so eine Serie, dann gucke ich so vier, fünf Folgen, dann wird es irgendwann langweilig, ich war wirklich da. Ich konnte nicht aufhören. Ich habe so die Skizze gemacht, aber ich dachte so, da fehlt noch irgendwas. Ihre Hand auf der Schulter, ich muss sie natürlich auch hinmalen. Ich bin ehrlich, mit der Skizze war ich nicht so zufrieden, aber ich dachte so, komm, wir machen es jetzt einfach fertig, auch wenn du es nicht so gut findest. Nach der Skizze nehme ich meinen ganz dünnen, schwarzen Feinliner und male so jede Linie mehrmals nach. Es ist einfach nur grau und schwarz. Die Skizze hat so 30 Minuten gedauert, das Anmalen hat, glaube ich, so 10 Minuten gedauert, weil ich wirklich so wenig Farben benutzt habe. Es ist auch schon die fertige Wednesday Adams und ich liebe sie, ich liebe die Serie, ich liebe sie.